Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Play, Might of the Eternal Throne. Ja, was müssen wir denn jetzt hier machen? Bahnen wir einen Weg zum Sanatorium? Ja, auf diese unwirklichen, zerstörten Welt. Äh, will ich mir das mal so angucken, hier das Gesicht? Man könnte mich denken, das ist Valkorion, oder? Äh, so ein bisschen mit Fantasie. Ähm, ja, Land und ich sind jetzt hier nicht gestrandet, sondern ausgesetzt worden. Wir müssen mal gucken, was die Valiens so an den Schilde führt. Wir müssen unbedingt aufhalten, sie dabei aufhalten, ihre Konditionen wieder loszuwerden. Dann würde ich mal sagen, wir laufen los und schauen, wie wir das verhindern können. Naja, da müssen wir hin, zu diesem Kasten da. Ja, dann gucken wir mal. Das ist auch ein bisschen gruselig hier, ne? Guck mal hier, die ganze Welt. Jetzt hat der Fettsturm da hinten, ne? Diese ganze Welt ist komplett zerstört und... ...wüst und leer. ...wüst und leer. Ha. Da ging ich ja nicht so gut. Oder diese gruselige Stimme, die man in meiner Hände konnte, hat sowieso... ...ähm, eine Kammer... ...kommt da wer jetzt? Gehen wir mal durch, das sieht schon nix. Okay, okay. Um da unten schön ein Raum zu sein... ...seht ihr das? Hier pulsierte einst das Leben einer großen Stadt. Jetzt sind davon nur noch Ruinen geblieben. Äh, man sieht es. Gesprengtes Untergeschoss. Okay, ich denke mal, da müssen wir nicht rein. Obwohl... ...jo, könnte da nicht sein. Also, eigentlich soll aber da wohl zulaufen. Aber wir gucken einfach mal. Nicht, dass wir irgendwas hier verpassen oder so. Wäre ja blöd. Es sieht aber auch alles so ziemlich fertig aus, ehrlich gesagt. Hier lebt schon lange nichts mehr. Ja, ich hab gerade eben den hellen Paar durchgespielt. Äh, was heißt durchgespielt? Weiter, weiter vorangetrieben, sagen wir mal so. Ah, da scheint mal ein Generator gewesen zu sein, dass sowas hier nicht ist. Und, äh, ich sag, da sind wieder Dinge passiert. Hammer, 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 echt. Ja, wenn ich alles nicht zu sehen bekomme. Auch auf dieser Seite natürlich. Nur in einer anderen Form, sag ich mal. Weil... 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 Die Geschichte dort sich ganz anders abspielen wird. Ich bin mal ein bisschen neugierig. Und guck mal hier kurz rein. Ah, je, je. Lass nicht weiterlaufen. Ja, das waren mal Gebäude gewesen, nicht? Alles zerstört. Okay, hier weiter. Ja. Diese Welt ist definitiv tot. Aber sowas von tot. Ah, schau an. Die Brücke kennen wir doch auch. Aus den Videos. Oh. Hoppala. Hallöchen, Jungs. War wohl nicht schon so gut runter oder so. Oh. 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 Okay, Nummer 1 ist weg. Kommandoren auf 2 erhöhen. Aha. Ja, da weiß ich auch nicht genau, was das jetzt bedeutet. Jetzt hier. Kommandorenge. Man kann irgendwas damit machen. Und da sind schon wieder 2 Jungs jetzt hier. Na, guck mal her hier. Ich kann nur nicht nur sagen, was ich mit diesen Kommandoren genau anfangen kann. Da muss ich mich irgendwann schlau machen. Weil ich das selber noch gar nicht, ähm, ja, ausprobieren konnte. Weil ich ja nicht die Schiffe spiele. Und noch gar nicht, äh, mich jetzt mit den normalen Spielen gefasst habe. So, irgendwo ist hier jemand unter uns, oder was? Ah, das liebe ich ja. Und ich kann natürlich nichts sehen, ne? Ich darf einfach mal jemanden schlafen. Vielleicht erreich ich den, ja? Das ist kein Ziel. Oh, irgendwie muss er ja sein. Da ist der. Ach, da ist der. Unsere Brücke. Naja, toll. Ist es ja erledigt. Weiter geht's. Gut gemacht, Lana. So. Wir haben es geschafft. Kaum Gegenwehr. Sind wir jetzt genau da, wo Velen gerade reingelaufen ist. Ah, schau an. Ich muss den Käpt'n der Horizontwache erledigen. Doch, nichts leichteres als das, ne? Aber ich muss erst mal die Kleinen da wegmachen, weil ich schieße den ganzen Planer hier. Ja, das ist nicht witzig. Ach, der Schotzt ist ja wieder hier. Hier sind doch noch nicht drinstehen. Oder. Oder. backdrop. ... Oh! Oh fuck. ... ... ... ... ... ... Ist da ein Brauchstab? Das haben wir gleich. Das wird nicht geschehen. Valkorion hat gesagt, dass er uns beschützen kann. Zum ersten Mal hoffe ich, dass er recht hat. Die Lehre zurückzuhalten fordert beinahe meine gesamte Kraft. Sie verbirgt uns aber auch vor Veelins Aufmerksamkeit. Mal sehen, ob wir diese Türen aufkriegen. Der ist ja Veelen. Ich meine, ob ich diese Gegend bin, wenn Veelen jetzt stirbt, aber nö, warte mal. Ich möchte sie zum Duell herausfordern. Also, Veelen, wehre dich. Ich brauch dich nicht mehr. Eben, das ist schon mal schlecht jetzt. Gut, dass ihr nicht schon als Kind so eine Waffe habt. Das stimmt. Das stimmt. Ihr sagtet, dass ihr einen Durchbruch erzielt habt. Es ist alles vorbereitet, Kaiserin. Im Hauptlabor. Okay, ich bin bereit. Für alles. So, dann wollen wir schauen jetzt, Yolana. Lassen wir es mal rein. Wollen wir mal hoffen, dass Yolana nichts passiert hier, nicht? Warte mal. Inventar. Was zum auspacken? Irgendwas hier. Was ist das hier? Kommando, Kiste, Stufe 1. Die öffnen wir mal eben hier. Jo. Aha. Ein Lichtschwert. Ja, das muss man selber ausrüsten alles. Ein Bauplan. Brauche ich auch nicht unbedingt. Ach, das sind Sachen, die ich nicht unbedingt brauche. Das machen wir wieder zu. Okay. Ich kann auch damit verkaufen und reparieren. Reparieren. Was ist das hier? So langsam wird es besser, wie das, was ich habe. Weg. 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 So. Dann weiter rein in diesen Bau hier. Der weiß schon nicht fertig aus hier. Was ist das wichtiges? Nö. Hehhhh. Also mal hier weiter. Codex-Eintrag. Ok. oh ich muss ein bisschen grillen ah den noch ah hier den gegenstehen wir müssen uns ja auch irgendwie ein schlüssel besorgen um die tür zu öffnen valkorion hat mir die völlige kontrolle über sein kind gegeben der tod ist die einzige grenze die ich nicht überschreiten darf glücklicherweise hat er mir zahlreiche subjekte zur verfügung gestellt damit ich meine radikalen experimente vorher testen kann okay ja ist mir jetzt schon sehr unsympathisch aha was haben wir hier noch ah die zugangskarte